hallo mitspieler mein name ist der lowright und ich begrüße euch zur 37 episode dieses grand theft auto 5 let's plays ja wir sind hier mit rüberzahlen im wald mit olle trevor haben gerade ein bisschen gejagt und sie sollen jetzt anscheinend noch ein bisschen weiterjagen ich habe eben zwischen den episoden auf die map geguckt und werden kaum sachen angezeigt das heißt die geschichte ist ja anscheinend noch nicht zu ende die puste wieder nehmen kann ja einfach mal ein paar hirsche jagen mal gucken warte an kohle bringt ich weiß nicht genau weil ich weiß von einem freund dass das eine sache ist die sich absolut nicht lohnt ich dachte wir wären jetzt frei wir sind anscheinend aber immer noch in dieser mission ich dachte schon ich müsste jetzt wieder ein teil der mission mit ihm nochmal durchspielen so da ist ein roter kreis wir entkommen von rechts verrät uns also nicht hmm hmm das steigen sie aber gut ist oh So ein Foto. Und senden. Achso. Man drückt Space und dann den Adressaten. Aha. Ich habe einen Foto. Ein schöner Foto. Das ist das, was ich denke. All diese Foto für wilde Reise mit dem Stadtvölkern. Wenn wir divide und verletzen, dann könnte ich ein bisschen ein ganzes Foto machen. Text mir eine Foto von deinem Foto. Ich werde dir wissen, was es ist. Und dann kommen wir es so schnell wie möglich. Ich habe ein bisschen mehr Fleisch in den Foto. Was sagst du? Ja, ich sag, wir sehen. Ich habe ein paar andere Arons in dem Feuer. Jetzt liegt er. Okay, die Offen ist da. Und du kannst den Elk-Koller halten. Das war meine Großmutter bevor sie übergebracht. Ich werde von dir hören. So, was kriegen wir? Bestanden, okay. Und abwärts habe ich nicht geschafft. Hauber der Herzen. Also drei Herzschlüssel in den Megane. Hm. Nur Trevor kann jetzt auf die Jagd gehen. Die Jagdkleidung wurde in seinem Kleiderschrank geponiert. Ich hatte doch... Hatte ich nicht schon welche gekauft? Na, warte. Im Solo-Play. Darf ich wahrscheinlich... Durch einen Ander. Ja, Leute. Aber Jagen. Hm. 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 Schon mal eine Begegnung gehabt mit so einem Kätzchen. Und hat die Vorbereitung nicht ausgereicht. Ja, 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 ja. Also bin ich wieder am nächsten Krankenhaus. Nick wollte doch zurück zu meinem schönen Porsche. Oder Pfister, wie er hier heißt. Ich hatte so ins Heim gedacht, dass ich mir den jetzt hier bei Trevor in die Garage stecke. Damit er mein anständiges Auto hat. Und ich hier diesen Pick-up ständig. Ja, Waldschrat. Und Stalken. Hm, hm, hm. Boah, was haben wir denn hier alle trainiert? Hier haben wir... Red's Machine Supplies. Das heißt, wenn wir hier ein Fahrzeug kriegen, dann eins mit ziemlich großen Rädern. Das sieht so aus, als wenn die auch ein Wachwand haben. Okay. Oh, ja, vielleicht haben wir jall. Mal gieten ihn, hm, man. Oh, ja, nein... Oh, ja, nein, nein... Oh. Oh, ja, nein, nein. Oh, ja, nein... Okay, sie braucht die cremige Füllung durch ein Glory Hole. Ich weiß nicht, wie es ein Glory Hole ist, ich werde es ihm nicht sagen. Ich finde es ganz entspannt, einfach so ein bisschen durch die Nachbarschaft zu laufen. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt hier so ein Homeschiff-Teil finden würde? Macht das denn Sinn mit Trevor oder ist das... Das ist wahrscheinlich festgelegt auf Franklin nämlich an. Also ich werde die sicherlich auch gar nicht sehen können, selbst wenn sie vor mir liegen. Also so die Vermutungen. Guck mal her. Man drückt F und die alten Tatsachen an. So F für Fahrzeugklauen. Dann fangen wir mal ein bisschen ab. Ab und zu kommen die hinterher und wollen das Auto wieder haben. Verständlicherweise. So, wir fahren mal hier kurz ran. Okay, dann gucken wir mal auf die Map, was wir hier oben noch zwei Ledien haben. Hm. Mal wieder nichts hier scheint in York-Gebiet zu sein. Jagen, okay. Also spezielle Gebiete dafür. Oh, der Norden ist ja relativ. Empty, was die Action zu betrifft. Was haben wir denn hier? Ach, hier sind wahrscheinlich die Müllgeschichten. Werdet ältere Pärchen. Na ja, gut. Aber bevor wir jetzt wieder in die Stadt fahren, machen wir es doch einfach. Wir beamen uns beispielsweise zu Franklin. Mal sehen, wo sich der wieder rumtreibt. Ah, wieder am Umweltverschmutzen. Obwohl, da war eine Mülltonne. Eine geschlossene Mülltonne. Franklin, Franklin, Franklin. Dich müssen wir auch noch ein bisschen erziehen. So, auch hier erstmal ein Blick auf die Map. So, Franklin hatte die Dinger, dass er irgendwelche Prominenten fotografieren soll. Und da hatte ich ja anscheinend nicht richtig begriffen, wie das geht mit den Fotos übermitteln. Das heißt, einfach nur Space-Taste zu drücken, nachdem man fotografiert hat, reicht nicht. Man muss auch noch den Adressaten auswählen. Das hatte ich hier oben, als ich mit dieser Poppy zu tun hatte, nicht gewusst oder nicht schnell genug gerafft. Mein Fehler. Okay, wir laufen mal schnell nach Hause. Wo ist denn der ASF? Ups. Gucken wir mal, was da los ist. Äh, da lang. Äh, da lang. Geht durch. Chatter, find out about your elf on the mountain. Ja, ja. Von der Abschlepptante hört man auch nicht mehr. Waren gut, so fantastisch waren die Missionen nicht. Aber ich dachte, das führt noch irgendwo hin. Okay, gehen wir nach Hause. Ja. 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 Ach, wie da lief nur die Lieferwagenaktion. We shootin' shit up, sprayin' some other fuckers, I can drive by with the best of them. Behave yourself, man. Lamar, what's happenin'? What you in stress set up? We buyin' weight, homie. Something that'll move us up the food chain, nigga, for real. Nothing's real in this town, nigga. Particularly where you in stress concern. Man, this is an investment opportunity. You got to speculate to accumulate. Oh, first rule of business. Hey, since we're out here banging, either of you got some dust? Fool, wanna get butt naked? Haha, I'll get whatever it takes me home, boy. Homie's crazy, man. So I've heard. Hm, ich hab mal schnell mit dir lesen. Ah, die Ecke kennen wir doch. Ah, die Ecke kennen wir doch nicht. Hey, look, everybody be cool, man. Lamar is about to do his thing, all right? Shit, man, you know I hit in the dice game last night, right? Go on in this niche. You better ask nobody. Hey, be on point, this fool janky. Ha, 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 ha. Currier service. Ha, ha, ha. Packages to collect. You got the grip? Present and accounted for. Ha, ha, ha. You like that, huh? Sample? Ha, 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 ha. Now we're talking. Ja, ja. Meine Hände schon schrecklich. Also sind wir gut, Mann, oder? Ja, gehen wir. Wie geht's? Nein, Mann. Wir sind weg. Ich möchte ein Zeug nach dem anderen Seite der Brick. Jetzt hörst du was du sagst, du bist weg. Hey, gib mir... Gib mir den Brick! Whoa. Was ist das? Oh, oh. Na, komm. Scheiße, das ist nämlich der schönere Kämpfer. Das war ja das Schöne. Der Effektivere. Der Effektivere. Der Effektivere. Der Effektivere. Der Effektivere. Er ist mit Franken. Er schaltet nicht um. Hallo. Der Effektivere. Ich hab keine Ahnung. Ich habe nicht mehr von uns. Das ist schon ein bisschen. Der Effektivere. Er ist ja nicht mehr von uns. was Was ist jetzt hier los? Schieß! Schießt nicht! Schießt nicht! Musik zu, Trevor anscheinend. Schießt nicht! Ich habe mich jetzt nicht überrascht. So waren wir hier noch nicht. Wir sind hier andund. Das ist natürlich schwierig hier eine grundlegende Taktik festzulegen. Ich überlege auch nicht, wieso wir hin müssen. Sollen wir uns ein Auto suchen? Sollen wir wegfahren? Sollen wir die alle abknallen? Das ist im Moment ein bisschen verwirrend und ein bisschen schwierig. Mache ich mir mal Gedanken drüber in den nächsten 5 Minuten, wenn die nächste Episode für mich anfängt. Ansonsten bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder zuschaut. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ihr könnt mir einen Daumen hoch da lassen, würde mich sehr drüber freuen. Und ihr könnt den Kommentarbereich benutzen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.